Guten Morgen, darf ich fragen, wie die Stimmung ist? So. Scheiß Öziland, sprengt's euch weg. Klingt aber ziemlich frustriert. Nie mehr Österreich-Urlaub. Vergiss's. Aber da sind Sie ja ein bisschen selber schuld, wenn Sie im Stau stehen, oder? Hau ab. So, komm, geht's her. Geh zu. Hey, hey, hey. Hey, mal halblang. Du auch. Komm, komm, hau ab. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey.